Ja, ich sehe gerade auf unserer Facebook-Seite, der Fabrizio hat uns schöne Grüße dort hinterlassen. Schönen Gruß zurück nach Italien, Fabrizio. Aber ich weiß gerade leider nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob ich heulen soll. Naja, ich gucke mir jetzt mal ein paar Kommentare über den Schlagerpost von gestern an. Oh, und sehe gerade, Ole for President. Das gefällt mir. Aber mal was anderes, und zwar, ich brauche noch irgendwie einen Künstlername. Wie wäre es mit Ole ohne Kohle oder Ole P aus B? Ich habe keine Ahnung. Macht ihr doch einfach mal ein paar Vorschläge.